Herzlich willkommen heißt es bei der Begrüßung der neuen Auszubildenden der Stadtsparkasse München. Für 111 junge Menschen beginnt hier nun ein neuer Lebensabschnitt. Hier die erste Gruppe von insgesamt vier, da Corona-bedingt nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander starten mussten. Neben dem Klassiker Bankkauffrau oder Bankkaufmann gibt es auch Ausbildungen im Dialogmarketing. Die vier Vorstände der Städtischen Bank schickten eine Videobotschaft ins Verwaltungszentrum an der Ungerer Straße. Immer interessiert zu sein, neugierig zu sein und die guten Chancen zu nutzen, die die Stadtsparkasse München ihnen bietet. Ich würde mich freuen, wenn sie ihren beruflichen Weg mit einem der besten Arbeitgeber der Landeshauptstadt München gestalten würden. Die klassische Ausbildung für Bankkaufleute dauert je nach Schulabschluss zwei bis zweieinhalb Jahre. Daneben gibt es auch die Möglichkeit eines dualen Studiums. Man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten einfach zur Weiterbildung auch. Es macht wahnsinnig Spaß, also wenn man den Kundenkontakt wirklich liebt und wenn man allgemein einfach das Arbeiten mit Menschen liebt und gerne redet und einfach Spaß hat wirklich, dann ist die Ausbildung bei der Sparkasse wirklich was Tolles und man sollte das auf jeden Fall machen. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Die Sparkasse München hat 2020 einen Talentclub eingeführt für die Auszubildenden im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr. Die Auszubildenden werden vom ersten Lehrjahr die zehn Besten ausgewählt und im zweiten Lehrjahr die zehn Besten. Wir treffen uns dann zum Termin und in diesem Termin werden wir dann besprechen, wer welche Projekte macht. Die Sparkasse ermöglichen uns dadurch zu fördern. Dadurch können wir auch verschiedene Aufenthaltsbesuche machen. Und ja, ich finde es ein schönes Programm. Die werden anhand von ihren Leistungsspiegeln ausgewählt. Optimal in Zeiten von Corona. Es gibt moderne Schulungsmöglichkeiten mit vielen E-Learning-Videos. Die Kreditkarte. Ob am Einkaufen, im Restaurant oder auf Reisen. Da wir ja auch jetzt dieses Jahr das erste Jahr waren, wo wir unsere iPads bekommen haben als Azubis auch, dürfen wir natürlich auch an Online-Campus teilnehmen. Das ist direkt eine Plattform auf unserem iPad auch, wo wir sie finden können. Da können wir dann verschiedene Texte finden zu bestimmten Themen, Produkten oder sonstiges, was wir halt alles so wissen müssen. Und da gibt es dann auch Videos dazu, dass es besser erklärt wird, dass man sich das selber alles ganz gut durchlesen kann. Aktuell beschäftigt das Städtische Kreditinstitut rund 2100 Mitarbeiter und 240 Auszubildende. Kreditinstitut. Kreditinstitut. Vielen Dank.